Was ist ein Zystadienokarzinom? Ein Zystadienokarzinom ist ein bösartiger oder karzinöser zystischer Tumor, der sich aus Drüsengewebe entwickelt und in verschiedenen Organen wie Niere, Pankreas, Dickdarm, Brüsten und Eierstöcken vorkommt. Es ist der häufigste maligne Ovariatumor. Sekrete oder Flüssigkeiten werden in einer Zyste zurückgehalten, die wachsen und sogar mehrere Zysten produzieren kann, die sich dann zu einem Zystadienokarzinom entwickeln, das metastasiert, wenn es nicht behandelt wird. Man kann die Definition durch Auflösen des Begriffs Zystadienokarzinom klarstellen. Eine Zyste ist ein geschlossener, flüssigkeitsgefüllter Sack mit Membranen, die sich an umgebendes Gewebe wie den Eierstok anheften. Das Wort Adenom übersetzt in einen gutartigen Tumor, der sich an Orten wie Dickdarm, Nebennieren oder Schilddrüse entwickeln kann. Wenn das Adenom in einen Krebstumor übergeht, wird es zu einem sogenannten Adenokarzinom, wobei Karzinom Krebs bedeutet. Die Zyste kann Variationen von Flüssigkeit, Blut- und Feststoffen oder eine Kombination davon enthalten. Es gibt zwei übliche Arten von Zystadienokarzinomen. Das erste wird als seröses Zystadienokarzinom bezeichnet. Die Oberfläche dieser Art von Zysten ist im Allgemeinen in abnormen Wucherungen mit vaskulären Projektionen bedeckt, die als papilläre Auswüchse bezeichnet werden. Es hat tendenziell ein faseriges Zentrum und ist mit einer klaren, dünnen Flüssigkeit gefüllt. Der zweite Typ wird als mutzimöses Zystadienokarzinom bezeichnet. Dies ist ein halbfester Tumor, der auch im Eierstok und in anderen Organen vorkommt. Oft bricht diese Zyste auf, um ein Nest mit zusätzlichen Tumoren zu enthüllen, und ist mit einer gelben, galatineartigen Flüssigkeit gefüllt, die klebrig ist. Wenn sich die Zyste entwickelt und ein umgebendem Gewebe anhaftet, kann es Aszitis geben, eine Ansammlung von Flüssigkeit im Unterleib. Dies kann zu Symptomen eines Zystadienokarzinoms führen, das vage sein kann, aber typischerweise einen geschwollenen Bauch und Schmerzen in den betroffenen Bereichen umfasst. Üblicherweise umfassen diese Bereiche den Unterbauch und den unteren Rücken entweder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Wenn ein Zystadienokarzinom in den Eierstöcken auftritt, können auch abnormale Menstruationszyklen auftreten. Die meisten Fälle von Zystadienokarzinom werden im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, da frühe Symptome leicht übersehen werden können und erst im späten Stadium der Zystenbildung auftreten. Die Diagnose eines Zystadienokarzinoms umfasst Palpation und verschiedene Arten von Ultraschall. Die Behandlung ist eine Chemotherapie nach vollständiger chirurgischer Entfernung des Zystadienokarzinoms und des umgebenden Gewebes. Eine laufende Behandlung kann von zertifizierten Onkologie- und Gynäkologieinstitutionen empfohlen werden. Die häufigste Ursache für gutartige und bösartige Ovarialzysten ist das Ungleichgewicht der Hormone. Zu den Faktoren, die zu vielen Arten von Zysten beitragen, gehören möglicherweise ein schwaches Immunsystem, bestimmte Medikamente, einige hormonell veränderte Lebensmittel und Pestizide oder Produkte wie schädliche Reinigungsflüssigkeiten, Farben und Kunststoffe. Ein gesunder Lebensstil, der regelmäßige Bewegung, eine Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Nüssen und Vollkornprodukten sowie eine minimale Exposition gegenüber schädlichen Chemikalien umfasst, kann das Risiko für die Entwicklung eines Zystadienokarzinums senken.